Ok der der aufnimmt ist auch draußen. Ja. Ja wie ist das jetzt? Der DAX ist jetzt alleine. Das ist scheiße. Huhu Joint. WTF ist das jetzt? Hat sich jemand in eh... Hat sich jemand sonst angemeldet? Na keine Ahnung. Bei Jungs. Ja fuck. Wie seid ihr? Na keine Ahnung. Was machen wir denn jetzt? Mein Scheiß. Ich glaube ich weiß noch wo unser Lager ist. Ja gut. Ja was jetzt? Ja sehr lustig. Ich weiß wo. Gerade hier. Come to me. Come to me. Okay was machen wir jetzt? Ihr seid beide gestorben eigentlich. Ja und du... könntest du dich aufnehmen? Ich kann es schon aufnehmen. Gott ist das ätzend. Ähm... Ja okay wie sieht jetzt der Plan aus Leute? Keine Ahnung. Man kann natürlich einfach... einfach irgendwie weitermachen aber... Kein... Kein... Ich könnte natürlich einfach sagen die haben zwar gewonnen aber wir können trotzdem weitermachen oder sowas. Ja ich komme jetzt schon mal wieder zum Haus. Ja. Ich habe es ja mal kippt auf meiner Map. Kein... Ja... Ja... Ich nicht. Alter... Kein dich. Ja... Kein dich. Wie noch immer. Seh vorbei. Das ist doch voll für den Arsch. Doch der ist doch tot. Ne. Alter. Keine Ahnung. Na aber das ist doch kacke. Einfach nur jetzt hier. So ich habe... Ich glaube sie haben wir mal irgendwie stumpf in die Gegend. Was? 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 Wer war ich hier nicht vorhin schon mal? Ach fuck. Aha! Das ist ein anderer! Ban-Emeral... Oh! Scheiße! Emerald! Emerald? Komm! Komm! Skype! Ja... Okay! Ja! Nice! Jetzt sind die auch weg! Okay! Dann würde ich sagen jetzt beende ich mal auch die Aufnahmen hier! Es war richtig scheiße! Ganz ehrlich! Ähm! Jetzt überlegen wir uns mal was wir jetzt da machen können! Und ich... So ist man von den Schiebern wegzukommen, wenn ich das überlebt, dann sehen wir uns dann gleich wieder und nicht... Jetzt mal wieder da! Äh... Jetzt geht's dann auch... Jetzt hat der noch draußen... Ja jetzt nicht nur noch... Wir, wir, die Kings! Nee! Ich schließe nicht mehr auf! Nee, das... Ja, du alleine, das bringt nicht! Bei denen nimmt auch niemand auf! Ich kann auch nehmen... Ja und nachher ist das Hallo Leute, wir sind bei Folge 50... Nee, das ist alleine... Alle anderen sind tot aus Zeug! Nein, wir haben aber auch gemacht! Es ist immer einer! Dann ist wert! Ja, also was machen wir denn jetzt? Ja, jetzt haben wir schon verloren! Wow! Geil! Und wir haben noch nicht gewonnen! Aber wir haben noch nicht gewonnen! Ja, aber ich hab's ganz sicher verloren! Also ich kann ganz nicht mehr gewinnen! Wir können trotzdem weiter spielen! Wann mal diese Scheiß-Emeralden? Ganz sicher nicht gewinnen! Ich kann sie fertig machen! Aber wir können doch trotzdem weiter... Echt hier? Wir können doch trotzdem weiter spielen! Also... Ich weiß nicht! Nee, also... Jetzt müssen wir nur noch den Enderdrachen besiegen! Ja, nur noch! Nur noch! Nur! Ja, das geht ja ganz schnell eben! Nee! Dann, wenn wir den Drachen... Den Enderdrachen besiegt haben, dann... Können wir... Nee, dann haben wir gewonnen! Was? Wir können jetzt schlafen! Nee, wir sind noch im Server! Nein! Wenn Emerald und so... Äh, Emerald! Wahnsinn, der Dako! Nee! Dako 4 wieder nur Premium! Das... Das... Das nerven mit denen! Die kommen jetzt mit allen... mit tausend Namen! Jack nicht! Aber! Sind nicht im Anfang wieder! Na, wir können nicht... Ich hab' ich geschwommen bis zu dieser Scheiß-Insel! Äh, sie sind nicht bei unserer Insel! Sie sind direkt unter uns! Und... Ja, unter euch! Ich hab' einen Kilometer lang einen Gang gemacht! Was erwartet du von? Fuck, jetzt sterb' ich hier gleich schon wieder! Fuck, scheiß Spinner! Ich erwarte, dass der kratzen Noobs wird gerne! Nein! 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 Fuck, 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 fuck! Nein! Scheiße! Was? Starved to death? Eigentlich wurde ich irgendwie... Oh! Hilfe! Äh, stimmt irgendein Starved to death? Irgendwie wurde ich mit einer Spinne getötet! Egal! Egal! Ähm... Ja, wow! Geschlagen! Das wollte Polizei gehen! So, mein Gott, ich bin bin! Könnte ja noch schneller sein als ihr, Penny und Simon? Hm, warum? Ich weiß, ob das ich schneller bin! Ich mach' noch ein paar... Ich mach' noch ein paar... Ich mach' noch ein paar... jedes weiter! Ja, keine Ahnung! Ich hab's verkackt! Also, ihr seid draußen und wir machen dann weiter! Ja! Jetzt wir den einen Drachen besiegt haben! Wir können doch einfach weitermachen eine Szene vorher! Wir können noch einmal weitermachen, aber wir können nicht mehr gewinnen! Ups! Achso, es wird sehr spannend für euch! Ja, aber... Ihr könnt jetzt einfach in der Konfigurin sein und reden! Nein! Ja, dabei können wir doch... Könnt ihr ja... Ihr könnt ja mitverfolgen! Ihr könnt ja mitverfolgen! Ich könnte bitte und... Einfach weitermachen! Könnt ihr auch! Also, es zählt dann halt nicht mehr, aber... Ihr habt schon verloren, sag' mich so! Ja, genau! Aber wir machen trotzdem weiter! Ja, dann können wir... Ja, dann hat niemand gewonnen! Wollen wir? So, weil die Scheiße sind, hab' ich jetzt auch verloren! Jaaa, Darko bist einfach Noob! Oder du hast einfach Noob Team! Ja, ihr wollt, dass ich komme! Komm, bist du da stehen, Alec? Ja! Ja, ihr habt unseren Tod herbeigeführt, ihr scheiß Saboteure! Konntet nicht ehrlich gewinnen! Ja, scheiß kleinen Penissack! Ja, klar! Muss interessant bleiben! Darko, so redet man nicht! Benni, mach die Schnauze! Dann könnt ihr einfach jetzt weiterspielen und so! Okay! Ich sorg' dafür, dass die sterben! Ja, von mir erst könnt ihr weiterspielen! Ja, mach doch! Du musst euch kill Noob Team und reinschreiben! Soll' ich? Nein! Doch! Ey, Darko, nur weil du jetzt verloren hast! Wusst' du nicht, ähm, ja... Ja, ich hab' noch ein Pummen, ne, ne, hab' ich nicht hier! Was hab' ich da für Sachen? Was hab' ich da für Sachen? Das ist gar nicht, das ist vielleicht mein Deo! Was? Nein, nein! Ich verbrenne dein Deo! Ich verbrenne dein Deo! Ja, das ist noch Deo! Gut, dann, ähm... Wenn wir jetzt weiter machen, dann mach' ich jetzt einfach hier irgendwie ganz normal! Also, mach jetzt einfach weiter, Minecraft, LPT, normal! Also jetzt, aber ihr dürft' nicht sterben! Ihr dürft' immer noch nicht sterben! Also probieren, natürlich! Ja! Sie kann, sie dürfen nicht, doch! Nein, nein, lass, lass! Das geht ja, es geht ja um, also bei Ihnen geziel'n, nix! Also, ja! Ja, jetzt kommt ein Triolo! Ja, okay, wir sollten das jetzt versuchen! Hm, ja, dann sind sie vielleicht schneller im End, und können dann, äh, ihn töten, dann haben wir ja keinen Druck! Aber ihr dürft' uns nicht töten! Oh, doch, das kriegen wir wohl! Die Vorräte! Die Vorräte! Die Vorräte ging knapp! Tag 25! Ich bin immer noch auf der Suche nach dem The Bros LP! Simon und Benina, lol! Sie waren Verräter! Ja, Saboteure des eigenen Bettenbewerbs! Warum? Oh, ja! Kann nicht verlieren! Daco kann nicht verlieren! Daco kann nicht verlieren! Sie sind kleine scheiß Hoden im Kobold, also! Daco, sind du! Wie ist das ein Kuchen auf unserem Dach? Weil jetzt, du, seit... Ach, ein Creeper! Daco, Daco! Simon, lass dir Schamhaarer wachsen, Simon! Warum findest du es schöner mit Schamhaarer? Ich weiß nicht, wie ich bin! Nein, er war, äh, reifer! Alter! Oh, reifer! Was? Oh, ja, Leo! Sorry! Was? Was? Ich will jetzt nur auflaufen! Ich weiß nicht! 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 Oh, Gott! Oh, Gott! Okay, das war scheiße! Ich hab ja gesagt! Achtung, Creeper! Oh, Scheiße! Das war sogar lustig! Das war grade lustig! Das ist... Wir fassen... Simon Steher...! Simon Steher...! Simon Steher...! Das wäre lustig, das wäre wirklich noch lustig! Simon Steher...! Er ist der belich quietsch, mit Konten. Ich würde dann schauen! Ich würde dann... Bumpen gehen, man! Ich würde dann gehen! Ich würde dann mal! Ich würde zu sein, Leiche gehen in den T-Bergen! Klar! Prozent was machen wir es jetzt bitte einfach weiter hat auch ein Jahr vor Ort bei Reik und wieder bei den 9 jetzt wird er weiter geht es eben noch nicht probieren zu sterben wir versuchen es war nicht egal ja aber auch noch mal nur ein normales LBP könnte es machen wir sind nicht mehr spazieren Zeit nur noch genug okay wir sind normal mit der Pläne schon bringen denn er hat er aber nicht so doch 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 wenn ich gern B aber Lukas gedacht schon bestürzt es gibt es Prozent aber es gestorben ist Prozent werden extra ich werde sterben das ist so vorgespächte also was machen wir also okay wird der Wettbewerb zu werden machen normal er hat und ich gehe ich suchen glaubt mir ich habe ich stoppieren und roten am an Kaminhengen eine eigene eines Tages wenn wir sie suchen gehen er wird an so Lundbruch heilungen in Kipel kennen wir nicht als geistig altkommend das Verwalt bis dahin zahlreiche die Arma wo auch ich habe schon wie viel ziel und steht vom Kripp an was du hast du vom Kripp als er zu 6 jemanden der Jahrzehntel ich habe schon gesehen genau waren die Ereignisse ist okay wenn ich hab noch der Kommandos nebenbei ich würde auch passen wenn ich so mit dem Zeitpunkt eigentlich der Miga aber mit nachzuletzt noch so amst da ich würde ich jetzt so sagen das Lustiger wir bleiben uns mehr wenn ich der Herr Schaumbach und ich habe ihn verfolgt der Penis zu starten in unserem Haus weil er sich gebaut hat das ist weil das ich gebaut habe höchstens im Penis Gott ein Reiterleiter schön wie hast du denn ab was nebenbei Lukas ein recht kleiner um das hat er auch 8 2 ich bin schon wieder 3 ich brauche wieder Rüstung und was auch immer noch Graf schneller du schwarzer Graf schneller da kann ich rassistisch du Ausländer was du auch bist darum ist es nicht rassistisch so Leute ich habe gehört ich sei tot ich nicht eines Tages ist für mich geht das für mich geht das Prozent die Chance noch weiter bittes wenn ich vor ich bin da müsste dann kommt das ist wirklich zu lachen wenn es nicht wenn ich schaue oder da haben wir auch nicht gern die Sachen der anderen benutzen können nicht so machen ich bin nein 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 ich bin klar es ist klar du bist ein Wachhaus und auch ein normales das bleibt auch so alt wird ausdrücken da haben wir der Torwart Angst zum Einzelnen ich komme mal auch in den die Höhlen und wenn ich anstelle es ist egal 0 da er nur Jolo ich komme zum Beispiel wenn du machst du das Haus nach dem Haus nein du bist hat wie oft müssen sie am Haus sind wenn ich immer schrie irgendwie etwas das auch kein Wort das ist unglaublich mehr so weiter da und die du machst du nicht alles nicht mehr unten aber mach weiter Obsidian Farmen, wir haben keinen Diamantisch bezogen ja, wir haben Diamantisch ich hätte einen, also ich könnte einen machen aber ich gehe den Ender Dragon um okay, das heißt, mit Leiden und Lederrüstung und Holzschwert und den Ender Dragon Kill klar wir machen uns jetzt auf den Weg ja, es bringt euch einfach nichts doch, mir ist das Gefühl, dass ich besser bin als ihr, Schwuchter ich hätte aufhören zu fluchen, ganz ehrlich ja und das geht dazu, was meint ihr? ja, Leo zum Beispiel sonst ist wirklich mehr zuhören, Leo, weißt du das? hm 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 hm